Was ist denn wieder heil? Was ist denn wieder heil? He, du, oder? Der neue spanische Superhite Despacito, ich wär noch wahnsinnig. Was heißt denn, Hite Despacito, Apoorisch? Deutsch drum wahrscheinlich. He, was heißt Despacito, Apoorisch? Wart zu, du, die Schachtel! Das weißt du nicht. Nein, das heißt langsam, langsam weißt, ich weiß. Kann man einen barrischen Hit machen, nur nicht hudeln. Wo barrische Bäume in der Lederhose, das hätt schon weils machen. Was passiert da? A jeder hört das Lied, das läuft in jedem Radio, und schon wieder so ein Video. Was passiert da? Das Lied wird immer schöner, singen sie gar die Güte all jener. Irgendwann werden's alle keiner. Schau doch doch mal die Olli an, oder auch die André da. Die nimm mir freilich Olli da, in unserm feschen Cabrio. Aber wir wollen nur Olli, die und da macht's Bam Bam. Und der Puls geht immer hundert und er macht Bam Bam. Und mit uns helfen darf halt leider nur die Ohren nicht. Geh doch, geh doch, geh doch, kannst du schiebe, du bist das halt gar nicht. Wenn du willst, doch nimmst doch heut, du schau mir in die Augen. Wollt jetzt von der Leute, der ist doch alles gelungen. Was passiert da? A jeder hört das Lied, es läuft in jedem Radio, und schon wieder so ein Video. Was passiert da? Das Lied wird immer schöner, singen sie gar die Italiener. Irgendwann werden's alle keiner. Wie du mit mir tanzt und lannst und wachst mit deinem Popo. Bleibst du mit mir ein Hogar? Du bist mein Favorito. Favorito, Favorito. Wie warst du eigentlich, mein Dien, du Señorita? Du meinst, das merkst du nie, ja? Bis morgen in der Fria. Was passiert da? Jaaa, nur nicht hudeln.